Hallo meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr wieder auf meinen Kanal. Ich weiß, meine Haare sehen gerade echt einmal durch den Fleischvorhüpft aus, aber ich habe eine Pflege drauf, also wundert euch nicht. Und es geht ja heute nicht um meine Haare, sondern um das Schätzchen. Und zwar Dreaming of a Pink Christmas. Also ich habe, ich kenne Justa nicht, das ist von Justa ein Adventskalender und genau, ich kenne die Marke nicht, ich habe Unboxings von dem schwarzen Adventskalender gesehen, aber noch nicht von dem hier. Und hier steht, dieses Weihnachten wird Pink, 24 hochwertige Make-up-Produkte und Accessoires, jeden Tag eine attraktive Überraschung für den perfekten und festlichen X-Mess-Look. It's going to be a pink Christmas. Also ich fand den echt mega, und schaut mal, wie schön der holographisch ist. Also den, seht ihr das? Wie er schön reflektiert. Und ich wollte den schwarzen, aber ich habe erstmal, ich wollte den schwarzen nicht. Wohin. Dann habe ich halt, ich kenne die Marke Justa halt gar nicht und wollte halt die Marke gerne mal kennenlernen, weil ich fand, in dem schwarzen sind halt interessante Produkte bei. Und dann dachte ich mir so, okay, guckst du mal, gehst mal auf Google und fragst mal Google nach, was es denn so für Adventskalender von Justa gibt dieses Jahr. Und dann habe ich den hier gefunden und ich finde den einfach mega. Ja, also ich liebe Pink, ich liebe diese Farbe und dann Flamingos. Also ich bin schon echt gespannt, was drin ist, weil ich habe mir es nicht angetan, den quasi ein Bild weiter zu klicken und zu gucken, welche Produkte da sind. Und, ach, ist ja nicht schön. Und dieser eine Flamingo mit dem Weihnachtssuch, der ist nochmal so was von knuffig. Wie groß und wie hoch und Gewicht, wenn ihr das Gewicht wissen wollt, kann ich euch alles aufschreiben. Aber wir fangen erstmal an. Und es fängt ja mit der, also den Kalender, werdet ihr immer hier sehen, mit der 1 an. Das ist hier oben, die ist schon geöffnet. Oh, 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 schade. Oh, es ist ein Pinsel. Es ist ein Pinsel. Und wir kriegen den sogar raus. Schade, es ist... Doch. Schaut mal. Das ist so ein einfacher, so ein damit einfacher Applikator, doppelseitig. Wenn ihr die Preise sehen wolltet, wenn ich sie finde, blende ich sie euch auch irgendwo ein. So, die Nummer 2. Oh, das war die Nummer 7. Es tut mir leid. Die 7 sah aus wie der 1. Die 1 ist hier, der längliche Flamingo. Weil die 7, die sah halt, hatte das und das und sah halt aus wie so eine 1. Und die 1 ist halt nur ein Strich. Das erkennt man halt nicht sofort. Okay. Die Türchen gehen etwas schwerer auf. So, jetzt kommen wir zur eigentlichen Nummer 1. Oh mein Gott. Sieht ihr das schon von da? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schaut euch mal diesen süßen Pinsel an. Es ist ein Flamingo. Schaut mal. So meine Lieben, tut mir leid, die Kamera ist ausgefallen. Ich wusste gerade das Kameraproblem. Aber wir haben, schaut mal ein Türchen nochmal ein. In Rosé. Also wirklich so einen goldenen Roséston. Und da steht auch Yustard drauf. Und wirklich dieser Pinsel. Schaut mal, wie niedlich. Ich habe einen Flamingo-Kopf. Und das ist halt so ein Blenderpinsel. Da fühlt sich ganz weit an. Und halt hat so eine rosane Spitze. Also alles in einem. Wirklich erstes Türchen. Und dann gleich so was cool ist. Ich freue mich schon echt, die Produkte zu testen. Also wenn ihr Lust habt, dass ich euch einen Look mit denen. Da steht ja, man soll damit einen Christmas-Look hinkriegen. Also wenn ihr Lust drauf habt, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Die Nummer zwei ist hier so ein längliches Türchen. Ups. Ich mache gleich den ganzen Blender. Und. Und. Ein Glossy-Lips. Boah. Ja. Ich höre ihn raus. So, ich höre ihn raus. Machen wir es mal wieder schön. Also halbwegs schön. So, damit ihr den schönen Kalender immer im Blick habt. Schaut mal auch in so einem richtig schönen rosaton. Da sind 2,4 Milliliter drin. Ein ganz normaler Applikator. Ich switch euch den mal hier. So ein ganz. Ja, nö. Für ein ganz normaler Lipgloss. Aber auch wieder halt in diesem rosaton richtig schön. So, Türchen Nummer drei ist hier oben versteckt. Ein Bananapuder. Oh, wie cool ist das denn? Ich weiß gar nicht, ob das so für mich. Das ist... Ich kriege das gleich raus. Ich kriege das gleich raus. Ich kriege das gleich nicht raus. Das ist ein Bananapuder. Aber auch wieder wirklich... Ich finde das so schön, weil auch hier, wenn ihr euch das anguckt, also dieses rosa Thema vom Kalender wird hier eingehalten. Da sind 3,4 Gramm drin. Das ist noch verklebt, also da ist keine Puderkastel oder sonstiges drinne. Das ist halt so ein ganz helles Puder. Das ist auch cool. Also sowas braucht man immer für jeden Look. Kommen wir zur Türchen Nummer vier. Sitzt ihr auch manchmal davor und denkt euch... Also, Vater, guckt euch diese Unboxings an und denkt ihr... Da, 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 da! Und denkt ihr, boah, was sind die für Blindfische? Also, unten haben wir auch noch Zeit. Und vier ist bei Dreaming. Also, das habt ihr gar nicht gesehen. Das habt ihr gar nicht im Bild. Wartet mal, ich versuch mal. Ja, jetzt könnt ihr den ganzen Kalender betalten. Hier ist es unser Dreaming. Und es ist was Schwarzes. Und es ist was Schwarzes. Also, hier soll ein Wert von 70 Euro drin sein. Also, auch wieder hier, das ist eine Mascara, die Lash Boost Mascara. Also, ich glaube nicht, dass das so im Standardsortiment ist. Also, dass man wirklich so alles in diesem Rosé-Gold vom... Oder, ja, Rosé-Pink-Metall gehalten hat. Ein ganz normaler, schöner Mascara. Das finde ich eigentlich echt traumhaft, dass die sowas machen. So, Nummer... Nummer fünf. Hier, ein ganz kleines. Und auch hier wieder in diesen Beschriftung, ist in diesem Rosé-Pink verhalten. Das ist Schimmer-Powder. 1,5 Gramm. Ist auch so ein kupfriger Ton. Ich mach mal auf mit der Befürchtung. Das hab ich gleich überall. Ach, nee. Nee, gut. Das ist so ein kleiner Spender. Ähm, und da könnt ihr halt das für die Folie davon abziehen. So, Türchen Nummer sechs ist hier. Schon wieder verfolgen ist es. Wir waren... Ja, das ist auch Nikolaus. Das ist der Nikolaus. Hier muss was Schönes drin sein. Und es ist ein Long-Listing-Lipliner. Waaay. In einem Rot. So, den Flamingo setzen wir uns mal wieder zusammen. Ja, Long-Listing-Lipliner in Ruby Red. Ich kann ihn euch gerne mal swatchen. Oh, der ist wirklich butterweil. Schaut euch mal den schönen Rotton an. So, der ist echt butterbutter. Also, das ist wirklich schön. Der ist nicht hart. Nummer sieben hatten wir ja schon geöffnet. Nummer sieben war ja ein Dazer-Pinsel hier. Der wird bestimmt auch gut sein fürs Glitter, das da ist. Dann kommen wir zu Nummero acht. Könnten die Zahlen nicht so winken und sagen, Hey, hier, ich bin ja... Das ist... Boah, guck mal, die 24 ist das ganze Ding hier. Boah, ich bin schon gespannt, was hier dran ist eigentlich. Also, die haben wirklich an alles gedacht, wie gibt es jetzt. Also, man hat Mascara, man hat einen Blender-Pinsel, man hat einen Puder. Dann hat man noch was zum Fixieren vom Make-Up. Schaut mal. Make-Up-Fixing-Spray, 16 Milliliter. Also, das ist echt eine schöne Größe. Also, das kann man mal ausprobieren, ob man das überhaupt mag. Mag? Genau, jetzt kommen wir zu Nummero neun. Die habe ich schon gesehen. Die ist hier oben. Die habe ich schon gesehen. Die ist da oben. So. Ah! Die haben wirklich an alles gedacht. Also, wir haben jetzt eine Bananapuder, Mascara. Jetzt haben wir hier noch einen Blush. Cheek Glow. Sweet Peach. Schaut mal. Auch wieder dieses Rosé. Ich finde das wirklich echt gut gemacht. Dafür, dass der Kalender nicht allzu teuer war. Das ist so eine Farbe. Ich swatch die euch mal. Oh ja, das ist ein schöner, pitschiger Ton. Das ist ein ganz zarter. Und er schimmert auch nicht. Das ist ein Matan. Obwohl, das steht Cheek Glow. Nee, aber ganz feine. Ganz, ganz feine. So, jetzt sind wir bei der Zehn. Zehn, 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 zehn. Ich bin immer hier drauf. Zehn ist hier unten. Oh! Sogar an die Augenbrauen gedacht. Wie genial ist das denn? Also, wirklich, dieser Kalender hält, was er verspricht. Houston Eyebrow Set. Dreimal 1,5 Gramm. Ich mache ihn mal auf. Das ist ein Puder. Also, hier ist auch ein Pinselchen drin. Hier oben ist ein Spiegelchen. Und hier hat man eine ganz wahrscheinlich... Nee, ist eine Farbe. Drei verschiedene. Also, wirklich für jeden Augenbrauen-Typ was dabei. Für ganz dunkle, eher blondige und ganz helle Typen. Mit einem Spiegel direkt. Und Pinselchen. Also, bis jetzt bin ich hell auch begeistert. Und ich muss euch wirklich sagen, diese Schrift, ne? Dieses quasi perfekt passend hier zu diesem Christmas-Pink. Finde ich dafür, dass das quasi für mich ein No-Name Adventskalender... Also, No-Name vergleiche ich jetzt mit Balea, Ebelin, etc. Nee, Essence-Ebelin hatte ich. Essence, weil die werden ja wie Hau verkauft. Aber den habe ich auch nur dazu gefunden. Nur bei Amazon. So, das war die Nummer 10. Jetzt kommen wir zu Nummer 11. Weil ich finde, dafür, dass man den nicht kennt, der kostet 30 Euro. Und wenn man die Marke nicht kennt, zum Kennenlernen finde ich das wirklich sehr schön. Aber man hat eine Auswahl an allen Produkten, die sie hat, ne? Für ein ganzes Macher. Das haben wir hier. Glossy Lips. Noch ein Lipgloss. Aber diesmal in seiner niedrigen Farbe. Oh, der ist ein bisschen scheinbar stärker pigmentiert. Und ich schaue mal, das sind wieder 2,5 Milliliter, Badge Number 0618. Keine richtige Farbezeichnung, aber es ist halt so ein dunkler. Auch wieder dieser Standard-Applikator. Ja, aber der gibt auch gut Farbe ab. Also, der ist wirklich so ein schönes, neutrales. So, wir haben die 11. Jetzt kommen wir zur Halbzeit Nummer 12. Das ist hier der Arme Flamingo. Das ist der schönste von 8. Noch ein Ding kaputt. Oh, wie cool. Eine Highlighter-Queen. Also, ich muss wirklich sagen, ich nehme es da gut ab. Also, ich bin echt begeistert und ich bin froh, dass ich den bestellt habe. So. Die probieren wir doch auch noch aus. Also, Peel Glow Highlighter-Creme 10 Milliliter. Also, die wird auch, glaube ich, ein halbes Leben reichen. Und auch hier seht ihr dieses wunderschöne Rosé-Pink. Hier ist die Creme. Ist eine ganz, ganz sanfte... Ja, riecht nach Tages-Resse. So eine Nivea-Creme. Ja, das ist für mich ein typischer. Das ist ein Rosé-Gold. Genau, die 12. Jetzt kommen wir zu 13. Das ist hier oben. Mal gucken. Oh, wie cool ist das denn? Das Flamingo... Das kann ich schon in die 6 ansonsten. Aber das mache ich nicht. Ich mache wieder zu. Ich lunze nicht ins Nachbartisch. rein... Ach, das ist ein... Das ist ein Tattoo. Quasi, wenn ihr fertig seid, könnt ihr euch noch ein Flamingo tätowieren. Pretty in pink. Also, das finde ich auch mal eine witzige Idee. Wahrscheinlich richtet sich das auch an jüngere Menschen. Aber ich sage mal so, wenn man sich das bestellt und man braucht den nicht, dann kann man den auch zum Beispiel der Nichte schenken oder jemand anderes. Also, wunderschön. Ja, wirklich. Wer hat sich früher auch... Wer hat sich übrigens früher... Das würde mich interessieren, schreibt es mal in die Infobox. Wer hat sich früher solche Tattoos immer aufgeklebt? Also, ich habe das gemacht. Ich habe das wirklich tatsächlich früher... Habe ich auch immer diese Kaugummis mit Tattoos immer gekauft. Dann hatte ich immer hier die Oberarme, voll Hände. Also, ich war immer voll Klebetattoos. So, das war die Nummer 13. Dann kommen wir zu 14. Die 16 habe ich schon ein bisschen gelohnt. 15, 19. Da haben wir doch alles... 14 hier. Das ist... Boah, ist das riesig. Schaut mal, das ist die 14 hier. Ich weiß nicht, wie groß das ist. Jetzt bin ich gespannt. Ups, ich habe das Geschenk kaputt bekommen. Entschuldigung. Ach, du Scheibe. Das ist eine komplette Konturpalette. Konturpalette. Also, wirklich diese... Ich bin gerade fasziniert, weil ich habe nicht ein Bild weitergeklickt, um zu gucken, was drin ist. Aber hier ist wirklich fast alles drinne für ein komplettes Make-up. Ja, bis auf Foundation, aber Foundation kann ich verstehen, weil man weiß ja nie, welche Hautfarbe sich diese Kalender braucht. Es kann ein ganz helles Häutchen sein, es kann ein ganz dunkles Häutchen sein, es kann aber auch ein Mittelhäutchen sein. Also, das weiß man ja nicht. Deswegen kann ich es verstehen. Aber schaut euch mal die Konturpalette an. Auch wieder mit diesem Rosé. 3 x 4,5 Gramm. Ich kann euch die drei Farben mal auf den Handrücken hier swatchen. Okay, der Highlighter-Ton, der ist halt ganz leicht. Und, ja, und der Kontur- bzw. Bronzer-Ton, der ist glitzerig. Also, der ist wirklich, wenn man so ins Licht hält, glitzert er stark. Also, hier haben wir halt den Highlighter, diesen braunen Ton und halt gerade Mascara. So, 15. Und das ist dieses kleine Minitürchen. Schauen, was ich da verstecke. Hallo, ein Lippenstift. So ein Lippenstift. Aber passend zum Lippenstift. Stimmt, wir hätten auch diesen roten Lippenstift. So, 15. Das ist matt Lipstick in der Farbe Chili. 2,6 Gramm. Schaut mal euch diesen roten. Also, ich trage kein roten. Der wird bei mir definitiv weiter verschenkt. Aber ich swatch euch mal den neben den Lippenstift. Also, hier oben ist der Lippenstift. So matt sieht der mir nicht aus. Ist mehr so ein Sheer. Ich mache den vorsichtig zu, weil ich trage keine roten Lippen. Aber ich kann einmal diesen Glossy Lips in dieser braunen Ton ausprobieren. Der hat einen sehr süßlichen Geruch. Fühlt sich aber gut auf den Lippen an. Kirsche. Er schmeckt nach Kirsche. 16, da habe ich schon reingelonzt. So ganz leicht, ich habe nur den Boden gesehen. Hier, was ist das denn? Das ganze Sache. Und ich möchte einmal zumachen. Das ist ein Ultra Liner Super Thin Eyeliner in Carbon Black. Auch wieder dieses Rosé-Gold, also dieses, nicht nur Rosé-Gold, sondern mehr dieses metallische Pink. Entschuldigung, wenn ich die ganze Zeit von Rosé-Gold spreche. Also er hat echt eine präzise Spitze. Ich zeichne euch das mal. Oh, ist ganz weich, also die gibt wirklich nach. Aber es ist ein schöner Schwarz, also es ist ein tiefer Schwarz. So, das haben wir auch. Also für den Look, dann könnte man schon was Gutes schminken können. Die 17 ist direkt neben, zwischen den 17. Beauty Tape. Ernsthaft, die haben jetzt ein Beauty. Wie genial ist das denn? Das ist mir wirklich an alles gedacht. Kennt ihr das? Das sind diese... Oh mein Gott. Sorry, aber über solche Details freue ich mich. Auch wenn, weil ich kenne die Marke nicht. Ich weiß, dass Yustat nicht allzu teuer ist. Also ich glaube, die hält sich so im Preissegment zwischen Essence Trended ab. Also nicht diese teure Maybelline-Kram, sondern wirklich eher in diesem günstigeren Bereich. Aber schaut euch mal diese Detailverliebtheit an. Also wirklich hier auch, die hätten ja einfach ihre Produkte nehmen können. Aber es ist extra für diesen Kalender. Also wirklich, also wer diese Beauty-Tapes nicht kennt, die sind dafür da, wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Kleid habt, das schulterfrei ist und ihr möchtet nicht ständig hier dran zuppeln, dann macht ihr euch einen Tape hier dran an die Schulter, klebt euer Stoff, also euer Stoffding hier fest oder wenn ihr auch einen Ausschnitt habt, dass ihr nicht möchtet, dass es tief wird, dafür helfen die. Da sind 30 Klebestreiten drin. Wow, ist das sehr viel. Also schaut euch mal wirklich diese Detailverliebtheit an. Also sie hätten ja auch einen Standard nehmen können, einfach nur so und keine Flamingos extra drauf drucken. Also wirklich, ich bin hellauf begeistert von diesem Kalender. Nummer 18, die hatte ich vorhin gesehen. Nicht sagen, nicht sagen, ich habe sie vorhin gesehen. Wenn man den vorsichtig öffnet, klar, er ist jetzt nicht wirklich hochwertig Papp verarbeitet, aber wenn man den vorsichtig öffnet, wie ich das in der Zeit tue, dann kann man auch den wieder zu machen und dann hat man wirklich bis Weihnachten ein echt gut schönes Bild. Was haben wir denn hier? Ein Eye Concealer, Cream Liquid Character. English Last Nacht, 2 Milliliter. Also einen Concealer. Aber ich glaube, den würde ich eher für meine Base nehmen, also als Eyeshadow Base, weil der ist mir zu dunkel. Also wenn man das hier... Ja gut, jetzt mit dieser grauenhaften Foundation. Aber ich muss sagen, die denken wirklich an alles. Dafür, wenn man wirklich die Marke nicht kennt, dann kann man plötzlich... Oh mein Gott. Ich bin gerade im siebten Flamingo-Rimmel. Oh mein Gott, schau nicht erst mal. Dann ist es leider die Tür rausgebrochen. Aber noch ein Flamingo-Pinsel. Mein Gott, ist ja süß. Sollen wir aber über solche Details... ...freue ich mich einfach, weil man sieht, die Leute haben sich was gedacht, auch wenn sie jetzt, sag ich mal, keine... ...sag ich mal, keine hochpreisige Firma ist, aber schaut euch das mal an. Es sollten sich wirklich mehr Firmen über diesen... ...über solche Details mal überlegen. Also die haben wirklich an alles gedacht. Also wir haben jetzt ein... Also wir haben quasi so eine kleine Flamingo-Familie. Und der Pinsel fühlt sich echt weich an. Und ja. So, Nummer 20 ist hier. Ganz kleines Kästchen. Da kann ich wieder so ein Lippenstück oder so. Nee. Nee, das ist ganz Kleines. Das ist ganz Kleines zusammengerolltes. Und schon wieder ein Flamingo. Ach, wie süß. Das kann man... Das werde ich auf jeden Fall weiter verschenken, weil ich trage sowas nicht. Das kann man entweder als Haargummi nehmen oder als Armbändchen. Oder als Armbändchen. Aber ich finde einfach... Es lohnt also... Es ist echt traumhaft, der Kalender. Der gefällt mir. Nummer 21. So, was haben wir? Ein Coal... Wir haben auch einen Eyeliner. Jetzt haben wir noch einen Coal. Also wir haben jetzt einen Liquid Eyeliner gehabt. Das war der hier. Und jetzt haben wir noch einen Eyeliner Soft Eyeliner Pencil in schwarz, natürlich. Schwarz... Der ist relativ weich. Also der ist jetzt hier drüber. Das hier. Und mit einem Spitzer... Carbon Black. Nein, das ist kein Spitzer. Okay, okay. Nummer 22. Wir ernähren uns der großen 24. Die will ich auch machen. Die will ich auch machen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das könnte, dass ich warten würde bis zu 24. Ich weiß nicht, ob ich so viel Geduld hätte. Hättet ihr so viel Geduld? Und habt ihr euch eigentlich dieses Jahr schon für den Abendskalender entschieden? Wie cool, ne? Ein Lipstick. Das ist Shiny Lipstick in Nude Rose. Also so ein Nudiger-Ton. Das sind 2,6 Gramm. Oh, der ist wirklich schön. Den kann wirklich jeder tragen. Ich boxe den ja aus, aber ich habe mein Abendskalender da drüben stehen. Ich habe den Glossybox-Abendskalender, aber ich gucke mir keine Unboxing vom Glossybox, weil den würde ich mich wirklich überwachen lassen. Und will den hier auspacken. Also ich laufe da jeden Tag wie so ein kleiner Hygiene da rum. Und packe ihn dann auf. Aber dann dort nicht. Deswegen habe ich mir den geholt, weil ich auch so Unboxing-Videos sehr interessant finde. Und ich wollte halt unbedingt mal New Star ausprobieren. Und dann dachte ich so, kombinierst du das mal? Da haben wir wieder die Schimmer-Powder. 1,5 Gramm in der Farbe Gel-Bronze. Das ist die. Wir hatten hier vorher dieses Kupfrige. Also man sieht, glaube ich, den Unterschied. Ja, finde ich echt cool. Schimmer-Powder. Das wird die 23. Wir sind bei die 24. Ich bin schon mega gespannt. Ach, jetzt müssen wir den Flamingo filmen. Entschuldigung, Flamingo. Oh, oh mein Gott. Das wird brechen. Oh mein Gott. Ey, wißt du, die sind der Wahnsinn. Also, wow. Wow, wow, wow. Mega. Mega, mega, mega. Ja, schaut euch das an. Eine komplette Eyeshadow-Palette. Und das Schöne ist, ich glaube, das ist auch extra für diesen Kalender gemacht, weil auch die, also diese Detailverliebtheit, also auch dieses, wir sind diesen Rosé gehalten, wo wir alle Produkte haben. Also, mega. Ich bin wirklich hellauf begeistert. Also ich kann euch mal eine Farbe swatchen. Ich nehme mal Pale Gold. Ihr seht's hier. Schaut mal, wie gut die pigmentiert. Und ich nehme mal Cheese and Chestnut. Also dieses dunkle Braun. Schaut mal, wie ist. Ich bin hellauf begeistert. Wirklich. So, meine ehrliche Meinung, würde ich, hätte ich jetzt zum Beispiel meinen Adventskalender nicht. und ich würde just da, oh, guck mal, der, was, ich, ich habe jetzt eine Serviette und der geht wirklich schwer ab. Au. Also, der, der hält gut. Das ist auf jeden Fall was. Ja, ich würde ihn euch wirklich ans Herz legen. Auch für, ich finde, der ist für jung und alt was, weil ihr habt hier eine Breitbande, eine Vielfalt an Produkten, wo ihr wirklich erst mal das Sortiment von Justa kennenlernen könnt. Ihr habt hier einen Concealer, ihr habt hier Lipgloss, ihr habt hier Eyepencil, ihr habt hier Banana Powder. Aber was ich am schönsten an diesem Kalender finde, erst mal das Design, es ist mal was anderes. Dann diese Detailverliebtheit. Also wirklich, Justa habt ihr super gemacht. Also wirklich diese Detailverliebtheit. Nicht einfach irgendwelche Produkte, die man im Standardsortiment hat, einfach reinknallen und schnell verkaufen. Dabei wurde nicht verkauft. Nein, die haben wirklich gedacht so, oh, guck mal hier, Wir machen alles in diesem Rosé, in diesem goldigen Ton. Wir denken uns was dabei. Wir machen es passend. Und wirklich, ich finde den wunderschön. Und es ist für mich, für euch, echt eine Kaufempfehlung. Also ich habe den wirklich nur gekauft, weil ich unbedingt Justa probieren wollte. Und ich bin hellauf begeistert. Also es ist wirklich alles dabei. Es soll ein Wert von 70 Euro drin sein. Das kann ich natürlich euch, wenn ich die finde. Leider findet man so selten Justa Produkte. Also wenn ihr wisst, wo man die kaufen kann, Infos in die Kommentare. Würde mich super freuen. Und wenn ihr Lust habt, dass ich euch einen Look mit den Produkten hier schminke, auch die Infos einfach in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert. dann seht ihr mich öfter. Und natürlich würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Ich hoffe, euch hat das Unboxing dieses Kalenders gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen neugierig machen, was da drin ist. Und genau, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Es wird bei mir nur noch, übrigens PS, das ist jetzt gerade ein PS, es wird bei mir nur noch ein Unboxing geben. Also ich möchte da auf gar keinen Fall dieses Unboxing-Marathon machen, das viele YouTuber momentan machen. Ich rede es nicht schlecht, ich finde es gut. Ich gucke mir das auch super gerne an. Aber ich bin halt so ein Mensch, wozu soll ich noch einmal Maybelline zum Beispiel für euch auspacken, wenn schon 30.000 andere gefühlt YouTuber das gemacht haben. Ich habe mir halt einen Kalender ausgesucht, den ich jetzt auf YouTube so nicht gefunden habe. Ich muss da schon Adventskalender, aber halt nicht diesen pinken Flamingo. Deswegen wollte ich den unbedingt austesten und mit euch den teilen. Und genau, bei mir wird es nur noch ein Einfachs-Unboxing geben und zwar vom Amazon Surprise Adventskalender, aber alles für die Naschkatzen, weil ich bin eine kleine Naschkatze und ich war auf den richtig gespannt und den habe ich mir bestellt und den würde ich mit euch anbuxen und gleichzeitig mit euch naschen. Okay, liebe Leute, ich danke euch noch einmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt der Kalender. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Also, Däumchen nach oben, würde mich mega freuen. Und auch, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert, dann würde ich sagen, Videos lang genug. Bye, bye, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.